Willkommen bei der sozialen fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema nicht beschulbare Kinder. Nicht beschulbare Kinder bedeutet Kinder die nicht in der Lage sind oder es ganz ganz schwer haben überhaupt in die Schule zu kommen. Das kann verschiedene Punkte beinhalten wie Mobbing in der Vergangenheit, Kind traut sich nicht zur Schule. Das hatte ich bis vor kurzem. Ich hoffe das wird auch bald funktionieren. Also ich drücke dem Kind die Daumen. Es gibt aber auch gesundheitliche Gründe, dass man nicht in der Lage ist zur Schule zu gehen. Und da muss man als Eltern wirklich die Hilfe vom Jugendamt in Anspruch nehmen. Dafür sind die da, um da irgendwie eine Möglichkeit zu finden, dass das Kind vorbereitet wird auf die Schule und dass es wenigstens überhaupt den Lehrstoff bekommt. Auch wenn es das erstmal nicht begreift, erstmal bürmische Dörfer versteht. Aber dass es den Lehrstoff erstmal hat und sieht. Im Endeffekt kann man als Elternteil, wenn man das noch kann, man ist ja dann auch schon eine ganze Weile aus der Schule raus, da auch ein bisschen helfen, das zu erklären. Und wenn die Möglichkeit vom Jugendamt zum Beispiel besteht, dass irgendeine Einrichtung, irgendeine therapeutische Möglichkeit oder auch die Schule helfen kann, das Kind wieder beschulbar zu machen, dann ist es wenigstens etwas vorbereitet. Man sollte das Kind dann nicht immer gleich isolieren. Man sollte dem Kind so gut wie möglich helfen. Beim Mobbing ist es natürlich etwas schwieriger, weil da sehr viel Angst im Raum steht. Da muss auch eine psychologische Therapie her oder Beratung her. Man fängt ja erstmal eine Beratung an und wenn es soweit sein sollte, kommt eine Therapie jeglicher Art. Ob auf Gesprächsform oder Tablettenform oder in irgendeiner Einrichtung, die eben die Möglichkeit und Qualifikation haben. Man darf auf jeden Fall das Kind nicht fallen lassen. Man muss dem Kind helfen, weil das braucht die Hilfe. Jugendamt hilft gerne und Psychologen und Ergotherapeuten gibt es wirklich mehr als genug. Die wissen was sie machen und die können auch sehr gut helfen. Für Ergotherapie gibt es immer verschiedene Sitzungen. Wichtig ist bei Ergotherapie, dass der Hagen damals war es glaube ich Psychologie drauf stand. Ich weiß nicht mehr wie es heute auf den Überweisungsschein ist. Der Überweisungsschein wird vom Hausarzt gemacht oder vom Kinderarzt. Und da muss man quasi zum Arzt gehen und sich eine Überweisung geben lassen. Und dann kann man mit der Überweisung zu einer Ergotherapie mit psychologischer Beratung, Therapie, beziehungsweise auch den Psychologen, der dann auch nochmal sein Resultat eben abgibt. Ja, das war so ein Thema nicht beschulbare Kinder. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Ja, wunderschönen Tag. Ja, eine Weile. Wir behụpen uns die Abprus. ine. Die Baja oder Spauche von St. Denn sie ist immer wieder so ein schwachs ізierten Battersen. Vielen Dank.